Ich grüße unsere Hörergemeinde erneut und freue mich, dass wir eine weitere Andacht lesen können. Für diejenigen, die nicht wissen, woher diese Andachten stammen, immer wieder und noch einmal, die Andachten, die ich lese, stammen aus meinem Buch Leben aus Gottes Wort. 365 plus 1 Andachten für jeden Tag im Jahr. Und heute ist das Thema Liebe eine Flamme des Herrn. Aus Hohelied, Kapitel 8, Vers 6 bis 7. Und dort heißt es, ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Ein Verkündiger des Evangeliums war einmal von seinem Dienst so erschöpft, dass er in schwere Depressionen fiel. Und der böse Feind ihn angriff. Er wollte ihm seine Gotteskindschaft streitig machen. Da fragte der Gottesmann in seiner Verzweiflung den Glaubensbruder, bei dem er zu Gast war, ich bin innerlich so durcheinander. Kannst du mir sagen, woran ich definitiv erkennen kann, dass ich gerettet bin? Sein Gastgeber sagte frei heraus, das kannst du daran erkennen, ob du Jesus lieb hast. Da hältte sich das Gesicht des Predigers auf und er rief, dann bin ich doch wiedergeboren, denn ich kann mir nicht helfen, ich liebe Jesus doch so sehr. Auch du magst sehr angefochten und voller Selbstzweifel sein, ob du denn auch wirklich wiedergeboren bist. Vielleicht hast du auch sehr versagt und dir geht es ähnlich wie Petrus, nachdem er seinen Herrn dreimal verleugnet hatte. Interessant ist aber, dass er auf der Flucht in die Nacht bitterlich weinte. War das nicht ein Zeichen dafür, dass er Jesus doch lieb hatte? Ja, in dem Augenblick seiner größten Verunsicherung flammte etwas in seinem Herzen auf, das immer in ihm war, seit er Jesus kannte. Es war die unauslöschliche Flamme der Liebe zu Gott, die der Heilige Geist einst im Herzen des Petrus angezündet hatte. Darum brach es ehrlich aus ihm heraus, als Jesus ihn nach seiner Liebe fragte. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das hieß doch, Herr, du weißt es, ich kann mir nicht helfen. Ich muss dich lieben, ich kann doch gar nicht anders. Und so ist es mit allen Gotteskindern. Da schwingt etwas in ihrem Geist, da lebt eine Beziehung. Sie sind von neuem geboren und darum lieben sie. Liebe zu Jesus ist ihre Natur. Und diese Liebe ist wie eine Flamme, die mitunter auch schwächelt, aber niemals verlöscht. Denn sie ist eine Flamme des Herrn, hat unser Text gesagt. Sie ist eine Glut von oben und kann darum auch von großen Wassern nicht ausgelöscht und von Strömen nicht ertränkt werden. Das ist der Grund, warum du niemals mehr von Jesus loskommst. Er hat bei deiner Wiedergeburt ein Feuer in dir angezündet, das viele Zweifel und Ängste gern wieder auslöschen möchten. Aber das geht nicht. Dafür liebst du Jesus viel zu sehr. Du kannst gar nicht mehr ohne ihn leben und möchtest das auch nicht. Auch die stärksten Glaubenszweifel können die Glut der Liebe nicht besiegen, die der lebendige Gott in dein Herz gelegt hat. Die Liebe von Gott. Eine Flamme des Herrn. Eine Flamme des Herrn.